In der Fotografie gibt es mehr als nur Vollformat-Sensoren, zum Beispiel auch APS-C. Und da waren ja viele Hersteller manchmal ein bisschen mau aufgestellt in letzter Zeit. Vor allem die großen Big Player, die eben wahnsinnig beeindruckende Vollformat-Kameras haben. Und Nikon hat jetzt die Z50 II auf den Markt gebracht. Und wir durften mit dieser Kamera sehr viel, sehr autark, sehr authentisch fotografieren. Und hier in diesem Video gibt es unsere Meinung zur APS-C Nikon-Kamera. Mit der Z50 in der ersten Version, da haben wir ja unglaublich viel fotografiert auf unserer Destination-Tour. In Schottland war das. Wer das übrigens nicht gesehen hat, wer generell Destination nicht gesehen hat, angucken. Und die Z50 war ja sozusagen die erste APS-C-Kamera, die von Nikon auf den Markt kam. Die Z50 II, die ist jetzt aktuell frisch und irgendwie neu und doch nicht neu. Und genau das haben unsere Fotos und unsere Erfahrungen jetzt der letzten Tage gezeigt. Dass diese Kamera einfach in aller Hinsicht verbessert wurde, ohne sie aber neu zu erfinden. Was ich manchmal sexy, manchmal aber auch langweilig finde. Aber auf jeden Fall ist es sehr, sehr, sehr interessant für uns, die wir nur fotografieren wollen damit. Vielleicht fangen wir an, erstmal mit unserem Hashtag Transparenz. Wir haben die Kamera von Nikon als Presse-Sample gestellt bekommen, durften damit unsere eigene Erfahrungen sammeln und geben die Kamera auch jetzt nach diesem Video wieder ab. Und dann geht es weiter mit dem Preis, was uns gesagt wurde. Und den konnten wir nicht so richtig glauben, denn 999 ist die UVP. Und UVP muss man immer unterscheiden, das ist nicht zwangsweise der Straßenpreis. Da kommt ja noch Cashback hier und sonstige Aktionen da. Und das ist einfach ein beeindruckender Preis für eine beeindruckende Kamera. Denn mit zum Beispiel einem Kit kostet man 11,50. Wenn man noch ein anderes Objektiv, ein sehr interessantes Objektiv mit dazu haben möchte, mit dem haben wir auch sehr viel fotografiert, dann ist man bei 1400. Und dann hat man eigentlich schon eine riesige Brennweiten-Range zur Verfügung und kann definitiv andere Fotos machen als mit dem Handy. Was zeichnet die Z50 jetzt überhaupt aus? Also im Grunde genommen ist es von der Konzeptionierung genau das, was wir von der Z50 kennen und was ich ehrlich gesagt auch so finde, dass man sie braucht. Das ist einfach eine Kamera, die auf Kompaktheit gebaut wurde. Und das bietet natürlich auch eine reduzierte Sensorgröße, weil die reduzierte Sensorgröße, die ermöglicht, dass das ganze Gehäuse und alles auch kleiner gebaut werden kann. Und übrigens die entsprechenden DX-Objektive, so heißen Nikon-Objektive für APS-C, die können dann auch noch auf Wolfmart-Kameras eingesetzt werden, aber dann eben mit einem anderen Crop-Modus. Diese Objektive sind auch relativ schmal und klein. Und by the way, dieses 24mm Objektiv, das ist wirklich beeindruckend, wirklich beeindruckend. Das kann man dann mit der Blende und mit der Brennweite mal 1,5 multiplizieren und dann bekommt man das Äquivalent. Achtung, nicht das Lichtstärke-Äquivalent, aber das Look-Äquivalent auf Wolfmart gerechnet. Und damit kann man tolle, tolle freistellende Bilder machen. Ich war aber bei dem eigentlichen, bei der Kamera. Die Z50 II ist eine kleine, kompakte APS-C-Kamera, die aber einen Sucher hat. Und das finde ich ganz wichtig, denn in letzter Zeit kommen immer mehr Kameras auf den Markt ohne Sucher. Und ich persönlich finde das eine sehr kritische und sehr negative Entwicklung. Steht man im Sonnenlicht, zum Beispiel im Sonnenuntergang und wird wahnsinnig geblendet von der Sonne, dann kann man sehr schwer auf einem Display irgendwas erkennen, geschweige denn eine perfekte und korrekte Belichtung. Und da neuerdings immer mehr Bildstile und Picture-Controls und Bildbearbeitung, Bildrezepte bei Nikon neuerdings eingearbeitet werden in die Bilder, ist es sehr kritisch, wenn man perfekt belichten und perfekt einen Look erzeugen möchte, aber eigentlich gar nichts sieht. Der Sucher, der ermöglicht einem das Fotografieren durch den Sucher und das ist unabhängig von der Außenwirkung der Sonne oder der Nichtsonne, weil abends zu fotografieren in der Nacht kann ja genau den gegenteiligen Effekt haben, nämlich dass man zum Beispiel zu hell belichtet oder auch da die Farben falsch wahrnimmt, weil das drumherum einfach eine andere Wirkung vermittelt, dem menschlichen Auge. Uns ist übrigens aufgefallen, dass bei der Bauart der Kamera der Handgriff sehr gut funktioniert. Also Julia hat auch relativ große Hände, ich habe auch riesige Hände im Vergleich zu ihr. Ich kann die Kamera gut packen und das ist für mich immer so ein Kriterium. Der Handgriff selber, der ist eigentlich für mich ganz besonders wichtig, weil er ermöglicht, dass man einfach ohne jetzt einen Finger, Finger, wie nennt sich das? Wenn die Muskeln zu verkrampfen, ja einen Krampf, einen Fingerkrampf zu bekommen. Man wird jetzt lachen, aber bei meiner Leica Q3, da habe ich einen Smallwig Griff dran gebaut, für den hasst mich Thilo. Also, der sagt, das ist ein Fauxpas, eine Unverschämtheit gegenüber dieser Kamera, aber who cares, ich will die einfach nur gut in der Hand halten können. Und zurück zur Z50 II, diese Kamera ist einfach klein, aber doch dafür sehr gut in der Hand liegend. Was die eigentlichen äußeren Knöpfe betrifft, ist man komplett im Nikon-Universum geblieben. Das finde ich sehr schön, denn wir kommen ja von der Z9, Z8, ZF, Z6 und man hat einfach direkt das Gefühl, dass man eine vollwertige Nikon-Kamera in der Hand hat. Und das habe ich damals schon bei der Z50 total gefeiert, weil ich finde, wenn Marken das machen, dass sie kleine, kompakte Kameras bauen, aber so viele Abstriche und Änderungen machen aufgrund von Gehäuse oder Kompaktheit, dass man de facto eine andere Kamera bedienen muss, dann finde ich das schade. Hier bei der Z50, das ist eine weiterhin vollwertige und komplett anständige Kamera mit den jeweiligen Rädchen, mit den jeweiligen Menüpunkten, mit den jeweiligen Displays. Man hat 0,0 Eingewöhnungszeit, sondern kann direkt loslegen als Nikon-Fotograf und das finde ich unglaublich gut gemacht. Ein Button ist allerdings neu dazugekommen und der ist auch wahrscheinlich gar nicht so unwichtig, das sind die Picture Controls. Es gibt jetzt, und da haben sie wahrscheinlich so ein bisschen den Trend von Lumix und von Fuji übernommen, natürlich die Möglichkeit, Bilder direkt in der Kamera zu entwickeln. Dafür hat Nikon ja mit der Imaging Cloud auch ein ganz tolles System gemacht, wo man eigene Bildrezepte reinladen kann über Steuerung, die Pipapo. Und jetzt hat man einen eigenen Knopf, wo man wahnsinnig direkt durch diese Rezepte durchwechseln kann, durch die Picture Controls und sich angucken kann, welche verschiedenen Looks man dann eigentlich haben möchte. Eine große Änderung, die ich toll finde, ist die Display und das Rückdisplay. Ich habe ja gesagt, der Sucher ist wichtig, aber ich fotografiere trotzdem sehr gerne über das Display, vor allem dann, wenn ich es eingestellt habe. Und das Display ist wahnsinnig viel besser geworden als bei der Z50. Und man kann es auch, ich finde es sehr schön, in alle Richtungen drehen und wenden. Und das hat ganz besonders gut geholfen bei diesen Langzeit-Stativaufnahmen oder bei irgendwelchen Aufnahmen nah am Boden, also wenn man sonst eigentlich nur krabbeln und sonst was möchte. Und vor allem ist das halt auch ein Display, was im Hochformat sehr gut funktioniert. Kommen wir zu den inneren Werten der Kamera. Der Sensor, der hat, ganz wichtig, nicht zu viele Megapixel. Ich habe da ja auch schon ein Video zur Z63 gemacht, wo ich eigentlich der Meinung bin, dass wir heutzutage nicht mehr zwangsweise mehr Megapixel brauchen. Wir brauchen bessere Inhalte, bessere, bessere Inhalte, nicht mehr davon. Und ich finde, die Z50 II hat da auch ein ganz gutes Level gefunden, wo man einfach sagen kann, tolle Bilder, das ist das, was man braucht, wenn man einfach so mit der Kamera unterwegs ist. Ich kenne jetzt persönlich niemanden in meinem Bekannten- und meinem Freundeskreis, der jemals gesagt hat, mach ich deine Bilder, sind aber zu wenig Auflösung, wenn ich irgendeine Kamera dabei hatte, die mal weniger Auflösung hatte. Natürlich sehe ich den Unterschied zu einer Z8, zu der Z9. Man hat da 50 Megapixel, die hat man nicht bei dieser Kamera. Und das ist meiner Meinung nach gut, aber man sieht den Unterschied und man bekommt eben nicht die gleiche Auflösung. Der Sensor selbst, den finde ich aber performanter geworden. Vom ISO-Range geht da genauso viel wie vorher. Also da hat sich nicht viel geändert. 51.200 ist der Maximumwert. Wobei ich finde, jetzt in den letzten Jahren haben sich auch diese ISO-Werte relativiert durch dieses nachträgliche AI-Entrauschen, sind auch teilweise andere ISO-Werte plötzlich nutzbarer geworden, unabhängig von der eigentlichen Sensorqualität. Da finde ich, jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert, ich finde ehrlich gesagt die Farbwiedergabe bei hohen ISOs viel interessanter, weil das Rauschen kriegt man raus, aber kaputte Farben, das ist kacke. Also der Sensor ist verbessert worden. Ich finde, die meisten Veränderungen wird man merken, wenn man mit der Kamera fotografiert. Die ganzen Erkennungsalgorithmen für Flugzeuge, für Tiere, für keine Ahnung, was da irgendwie noch keucht und fleucht auf dieser Welt, sind alle in die Z50 reingekommen und das macht das Fotografieren sehr viel entspannter, unabhängig davon, was man gerade fotografiert. Das heißt, die Autofokuserkennung, die ist jetzt auf Nikon-Level, ich würde jetzt mal persönlich sagen, nicht auf Z63 Level, das ist noch ein bisschen besser, aber auf jeden Fall ist es einen deutlichen Schritt drangekommen und es ist einfach eine stete Weiterentwicklung. Das heißt, die High-End-Kameras werden besser, die Z63, Z8, Z9, aber auch die APC-Kamera zieht eben da entsprechend nach, bleibt allerdings, wahrscheinlich ist es eher eine CPU-Frage, etwas dahinter. Es gab Situationen, da haben wir jetzt keinen direkten Vergleich gemacht, aber da kam die Kamera so ein bisschen ins Pumpen, wenn man der Kamera also zu viel Ablenkung gibt, Vordergrund, Gegenlicht und da spielen aber auch so viele andere Aspekte, spielen damit eine Rolle, welches Objektiv wurde verwendet, ist es flairanfällig oder nicht, gibt es die Kontraste. Schärfe funktioniert ja darüber, dass man Kontraste, Mikrokontraste findet und sagt, da ist es am schärfsten, da habe ich die meisten Kontraste. Wenn ich natürlich ein Objektiv habe, was im Gegenlicht einfach nur Matsche wird, dann kann ich das gar nicht so machen, wie wenn ich jetzt eine 3000-Euro-Linse daran habe, die einfach rattenscharf auch im Gegenlicht darstellt. Das heißt also, da spielen super viele andere Faktoren mit eine Rolle, aber ich würde sagen, in Grenzsituationen, da merkt man den Unterschied zu hoher CPU-Leistung und zu mehr CPU-Leistung zu den Top-Kameras. Für mich der absolute Knaller an dieser Kamera, und da schlage ich oder blase ich ihm ins gleiche Horn wie bei der Z6 III, ist die Integration der Nikon Imaging Cloud. Die Nikon Imaging Cloud, da haben wir jetzt schon ein, zwei Videos drüber gemacht, das ist ja ein sehr, sehr, sehr interessantes System. Und zwar ist es so eine Art Internet-Web-basierte Verwaltung der gesamten Kamera, der Bildrezepte, der Bilddaten. Und die Imaging Cloud bietet mir die Möglichkeiten, nicht nur, dass ich aktiv Bildrezepte in die Kamera implementiere, das heißt, ich kann meine Bildbearbeitung schon bei der Aufnahme in die Kamera rein speichern und das alles über einen Browser. Also super einfach. Ich kann aber auch Bilder runterholen und zwar RAWs oder JPEGs, unabhängig davon, ob ich gerade ein WLAN extra aufbauen muss. Das muss man auch ein bisschen erklären, weil ich glaube, dieser Unterschied, der kommt manchmal gar nicht zur Geltung. Andere Kameras haben auch Wi-Fi-Funktionen, haben auch Bluetooth-Funktionen. Aber diese Wi-Fi und Bluetooth-Funktionen, die müssen teilweise aktiv aktiviert werden und vor allem am Handy auch bestätigt werden. Ein iPhone darf einfach nicht von irgendeiner App in den WLAN getrieben werden. Da muss man immer noch sagen, verbinden. Und das nervt mich tierisch, dass ich zum hundertsten Mal sagen muss, bitte verbinde doch mit meiner Lumix, mit meiner Canon, mit meiner sonst was. Und das ist das gleiche Netzwerk, aber ich werde jedes Mal wieder aufs Neue gefragt, ob ich da wirklich reingehen möchte. Als ob sich seit vorhin irgendwas geändert hätte. Bei Nikon ist es so, die Kamera baut ein Wi-Fi gar nicht auf in Verbindung zu irgendeinem Handy oder sonst was, sondern mit der Kamera kann man gewisse Wi-Fis einspeichern, zum Beispiel das Zuhause-Wi-Fi oder aber ich habe so einen mobilen Router oder den Hotspot am Handy. Und dann kann man über diesen Hotspot die Bilder hochladen lassen und von dort weiterverteilen, zum Beispiel in die Google Drive oder auf die Dropbox oder nach zu Lightroom zum Beispiel. Und ich kann es sehr dediziert sagen, JPEGs zu Dropbox, RAWs zu Google und alle beiden nochmal bei Lightroom rein, zum Beispiel. Also war jetzt nur eine Kombination. Ich habe die Möglichkeit, nebenher noch die Snapbridge einzusetzen. Also die Bluetooth-Direktübertragung aufs Handy, die klappt auch noch nebenher und die Kamera ist in keinster Weise gelockt. Also ich weiß zum Beispiel, dass meiner 10.000 Euro Fuji GFX, wenn ich da ein Wi-Fi-Übertragung mache, kann die in der Zeit nicht fotografieren. Und wenn da irgendwas passiert, mein Sohnemann springt irgendwie, keine Ahnung, aus Spaß in den Pool und ich will das fotografieren, vorbei. Das heißt, die Z50 II als auch die Z63, die haben dieses Nikon Imaging Cloud Übertragungs-WiFi-Background-System, was einfach alles macht, ohne dass ich jemals davon was mitbekomme. Ich kann mir immer einblenden lassen, so viel müssen noch übertragen werden, Verbindung ist gerade nicht oder Verbindung ist da. Man sieht es auch mit so einem kleinen Wi-Fi-Symbol am Bildrand. Aber ich kann das alles machen, ohne dass ich es mache, also ohne dass ich davon beeinträchtigt werde. Und das ist einfach so ein Game-Changer, vor allem wenn es um so alltägliche Fotografie geht. Also wenn man einfach knipst. Und ich finde den Ausdruck irgendwie nicht schlecht und nicht schade. Ich knipse gerne. Ich liebe Fotografie, aber ich knipse auch gerne. Und viele Erinnerungen, die passieren ja im Moment. Und wenn man eine Kamera dabei hat und man fotografiert, dann will man die Bilder auch verteilen. Und das ist eigentlich so die Stärke dieser Kamera, dass sie jetzt endlich dieses System hat. Und ich würde wirklich an dieser Stelle behaupten, jeder muss seine Z50 wegwerfen, seine Z30 vielleicht verkaufen, nicht wegwerfen und die Z50 II holen, weil diese Integration, diese Imaging Cloud ändert alles. Ich fotografiere, ich nehme mein Handy, die Bilder sind da. Entweder über Snapbridge direkt auf dem Handy oder aber ich kann auch die Familie an der Dropbox teilhaben lassen oder an dem Google, sodass alle Zugriff haben auf die Bilder, die ich mache. Das ist so toll. Das ist so beeindruckend. Das ist einfach nur Spitze. Übrigens ein sehr interessanter Faktor. Wir haben mit der Kamera fotografiert. Wir haben Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, irgendwelche Dschungel, sonst was fotografiert. Wir haben Menschen fotografiert. Es kommt langsam bei Kameras gar nicht mehr so auf die High Features der eigentlichen Technik an. Das heißt also, ich will in diesem Video hier gar nicht sagen, der hat 388,45 Milliarden, sonst was Trillionen Fokuspunkte. Und die sind so und so bei 98 Milliarden Prozent angeordnet im Sucher und 3,87, das juckt irgendwie aktuell gefühlt gar nicht mehr. Ich finde, die Änderungen, die stattfinden, die finden gerade in dem Bereich statt, die uns wirklich weiterbringen. Zum Beispiel einen Ausflug mit der Familie machen und sich nicht darum kümmern müssen, dass am Abend die Speicherkarte in irgendeinen komischen Speicherkartenleser rein muss oder dass sich irgendwas extra verbindet, sondern dass das alles automatisiert hochgeladen wird. Diese Soft-Skills einer Kamera finde ich so unglaublich wichtig und Nikon macht da einfach gerade richtig Druck. Zum Thema Video, da gab es auch noch einige Verbesserungen. Ich finde aber ehrlich gesagt Video gar nicht so wichtig, obwohl wir gerade auch mit der Nikon Kamera filmen und das eigentlich sehr wichtig ist. Aber ich finde es bei dieser Kamera nicht so wichtig. Es kam elektrischen Stabilisator dazu, habe ich nie benutzt. Die meisten Bildschirmisatoren sind in den Objektiven verbaut, in den DX-Objektiven. Die Aufnahmezeit ist ein bisschen verlängert worden, aber ehrlich gesagt, wer will denn mit 4K 30 irgendwie 50 Minuten da irgendwen aus der Familie oder sonst wen filmen? Also ich finde, die Aufnahmezeit ist auch nicht so kritisch. Die Kamera kann Video, kann auch gut Video, aber finde ich jetzt kein Highlight-Feature heutzutage mehr. Also wenn sie jetzt irgendwie 120 Bilder pro Sekunde könnte, so wie die Z6 III, dann wäre es beeindruckend, aber sie macht 4K 30, sie macht, was sie soll, Video. Ich war eher übrigens beeindruckt von dieser Objektivkombination. Aber diese drei Objektive, die sind von der Kompaktheit ja nicht mal die Größe von einem 70-200, 28-Z-Mount Objektiv. Die sind ja richtig kompakt und richtig klein und die machen richtig Spaß. Vor allem die Teleaufnahmen, die haben natürlich jetzt mir angetan, aber das ist schon seit Destination eigentlich kein Geheimnis mehr. Ich mag Ultra-Teleaufnahmen. Ich mag diese hohen Brennweiten, weil jeder kann sich heutzutage mit dem Handy im Weitwinkel hinstellen. Das finde ich gar nicht mehr so besonders, aber so 250 Millimeter an Crop, das sieht einfach anders aus. Das sieht stark aus und man kann sich so diese Filets aus der Situation rausschneiden. Und das ist übrigens auch eine Stärke von APS-C-Kameras. Die haben immer noch eine Brennweitenverlängerung in einem Crop-Faktor, im Äquivalent. Und das merkt man deutlich. Aber trotzdem, das 24er, schön freistellend, schön kompakt, schön klein, fast schon Pancake-ig. Also Pancakes nennt man die Objektive, die wirklich so ganz dünn sind. Aber das APS-C-Zoom, das Tele-Zoom, richtig, richtig solide. Ich finde es super spannend, vor allem, weil die Entwicklung meiner Meinung nach in die richtige Richtung geht. Ich persönlich habe jetzt sehr viel Privat in meiner Fotoausrüstung geändert. Da gibt es auch noch ein kleines Video dazu. Weil ich finde diese Imaging-Cloud so sinnvoll innerhalb meiner Fotografie im Privaten, dass ich gar nicht mehr auf irgendwelche Bildqualitätssachen gucke, sondern dass das wirklich, das ist das, was ich brauche. Ich will einfach Bilder sofort zugreifbar haben und ich will sie ohne irgendwelche Bestätigungen und irgendwelche Aktivierungen und irgendwelches Aufbauen und Warten, ich will, dass es im Hintergrund läuft. Und das macht die Z50 II wahnsinnig gut. Gut, also Bilder haben wir damals schon in Destination Schottland mit der Z50 richtig gute gemacht, hoffe ich mal. Ich finde, Bilder macht nicht die Kamera, Bilder machen die Menschen hinter der Kamera, die die Kamera bedienen. Man kann auch mit Handy gute Fotos machen. Der Punkt ist, wie macht man diese Fotos und da macht die Z50 II einfach einen Riesenschritt nach vorne. Alles wird einfacher, alles wird automatisierter, alles wird problemloser. Und das zu einem Preis, der wirklich Kampfansage ist. 100.000 Euro für den Body und UVP, das ist meine Hausnummer. In diesem Sinne, ich bin sehr gespannt auf die Kommentare. Schreibt doch mal dazu, ob ihr euch vielleicht als Z8, Z7, Z6 Besitzer, also Vollformat-Kamera-Besitzer, so eine Z50 II als Backup oder als Spaßkamera kaufen würdet. Oder was ihr generell von einer APS-C-Kamera bei Nikon haltet. Ich habe sie erst angeguckt, dachte mir, das ist aber niedlich süß. Ich finde, vom Design hätte man es ein bisschen, ich weiß nicht, so kleine Kameras, die wirken halt einfach manchmal süß. Aber sie sind halt klein. Wenn man sie größer macht, sind sie nicht mehr süß. Sieht cool aus, aber dann sind sie nicht mehr klein. Ja, Problem. Ja, Problem. Vielen Dank.